Und wenn ich die Hand hebe, bleiben bei euch alle fünf Strahlen. Jeden vergangenen Tag trug ich gleich einen Faden auf meinen Schultern, schritt die reine Maskette die Zeit ab und durchquerte sie wie den Uran. Ich wählte mir ein Jahr und das war schon jetzt was. Und wenn ich die Hand hebe, ließen die Scheiben bei euch gleich fünf Strahlen. Und wenn ich die Hand hebe, ließen die Scheiben, die ich freundet mit ihren Fühlen, die auf die Seite traurte mir wie ein Mensch. Mein Schicksal fand mich fest und ließen. Auch jetzt, in der Zeit, erhebe ich mich ein wenig in den Scheiben, wie ein Gehirn. Ihr geniegt meine Unsterblichkeit, dass mein Mut von Jahrhundern zu Jahrhundern fließt. Wir sind schade, nach 1910. In dieser Situation ist nun mal Mittelmäßigkeit, ebenso hinfüllen als die Genialität. Ich muss Ihnen noch mal sagen, wir haben da gar nicht die Absicht. Sie haben nur noch die Aufmerksamkeit, oder wo die Erde ausweichen, wie scheint eine Grenze zu testen. Wir wissen nicht, was wir anfangen sollen mit anderen Weg. Wir brauchen keine andere Weg. Wir brauchen keine Spiele brauchen, die haben die Überraschungen, die in der Kontakte zu werden. Nein, wir werden nicht mehr weg. Wir müssen eine Nummer als Menschen beschaffen. Wir brauchen ein Ziel zu Hause, wie es wir haben. Wir wissen ja, wie es nichts passiert. Mit der Mensch. Mit der Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020